Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Breaking News Sendung, denn wir melden uns mit einer traurigen Eilmeldung. Siegfried Fischbacher, weltbekannter Magier aus dem Duo Siegfried und Roy, ist im Alter von 81 Jahren nach schwerem Krebsleiden verstorben. Genau, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Marc Pittelkau. Marc, du kanntest die beiden auch persönlich. Was wissen wir über die Hintergründe? Siegfried ist am gestern Nachmittag, hat sich hingelegt oder lag sowieso die ganze Zeit, die meiste Zeit, ist eingeschlafen und ist dann nicht mehr aufgewacht. Natürlich ist er an seinem Krebs verstorben. Wir wissen, er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs, der gestreut hat. Der Körper war im Prinzip vom Krebs zerfressen. Er hatte keine Chance. Und was mich persönlich überrascht hat, dass es dann doch so schnell ging, das hätte ich nicht erwartet. Ja, du hast gerade angesprochen, dass es doch so schnell ging, weil vor drei Tagen standst du noch hier, da haben wir das exklusiv vermeldet, dass es Siegfried eben nicht gut geht, aber jetzt doch so schnell, aber er ist zu Hause friedlich eingeschlafen. Das wissen wir. Das wissen wir. Und ich habe vor einer halben Stunde noch mit seinem Neffen gesprochen in Bayern, der mir auch sagte, dass Siegfried die letzten Stunden, da war ja immer ein Priester bei ihm, der ihm auch geholfen hat, ins Sterben hinüberzugleiten. Und seine Schwester, die Dolore, in Bayern wollte ja noch mit ihm beten, am Telefon, was leider dann nicht mehr funktioniert hat, weil Siegfried nicht mehr wach geworden ist. Weißt du denn, wie es in den letzten Monaten ging? Weil erst vor acht Monaten ist ja Roy verstorben mit einer Corona-Erkrankung und die beiden waren ja eigentlich unzertrennlich. Wegen ist denn jetzt Siegfried die Monate ohne Roy? Es ging ihm nicht gut. Ganz klar, das kann man ganz klar sagen. Roy war gewissermaßen ein Teil von ihm. Sie waren eins, kann man sagen. Sie haben sich seit 60 Jahren gekannt, sie haben sich geliebt, sie waren beste Freunde, sie waren Partner im Leben und auf der Bühne. Und mit dem Tod von Roy ist auch ein Stück von Siegfried gestorben, also schon vor acht Monaten. Und mir war klar, als die Nachricht damals kam, dass Siegfried allein sicherlich nicht mehr glücklich werden wird. Dass er dann noch so krank wird, das ist eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, dass es wirklich erst acht Monate her ist, dass Roy von der Welt gegangen ist. Es ist fast schon konsequent, von Siegfried dann zu sagen, dann gehe ich auch, weil er sich natürlich nach Roy gesehnt hat und ja auch immer wieder gesagt hat, Roy bereitet im Himmel alles für mich vor. Mit der größten Show, die ich jemals gesehen habe, wird er mich empfangen. Er sprach eigentlich nur davon, dass auch er bald gehen möchte. Dankeschön, Marc, für den Moment. Wir wollen jetzt einmal auf das Leben von Siegfried und Roy, diesem Mager-Duo, zurückschauen. Ihre Zaubertricks mit weißen Tigern lassen Siegfried und Roy zum erfolgreichsten Magier-Duo der Welt werden. Eine Karriere geprägt von Superlativen. Stern auf dem legendären Hollywood Walk of Fame, Wahl zu den besten Magiern des Jahrhunderts, ihre Shows in Las Vegas sehen über 25 Millionen Menschen. Weltrekord. Die ersten Schritte als Zauberer sind allerdings noch recht bescheiden. Mit 17 zieht Siegfried Fischbacher von zu Hause aus und führt seine Tricks auf dem Passagierdampfer Bremen vor. Hier trifft er auf Roy Horn. Fortan treten die beiden gemeinsam auf. Startschuss für ihre außergewöhnliche Karriere bildet Mitte der 60er Jahre eine Tournee durch Europa. 1970 landen sie in Las Vegas. Was folgt, ist eine beispiellose Karriere der zwei Männer, die während ihres gemeinsamen Weges privat von einem Liebespaar zu Freunden fürs Leben wurden. Ende der 80er Jahre unterschreiben Siegfried und Roy einen Vertrag mit dem Mirage-Hotel, der ihnen eine Summe von 57,5 Millionen Dollar garantiert. Damals der höchstdotierteste Vertrag in der Geschichte des Live-Entertainments. Kein geringerer als Michael Jackson komponiert und singt den Song zur Show. Die Siegfried und Roy Show im Mirage, bei der 27 weiße Tiger mitwirken, avanciert zur erfolgreichsten Show in den USA. 2001 erhalten sie vom Mirage einen Vertrag auf Lebenszeit, doch nur zwei Jahre später geschieht dann das, was Siegfried schon lange gefürchtet hatte. Roy wird während eines Auftritts vom Tiger Montecor angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Roy überlebt, ist aber teilweise gelähmt und die Bühnenzeit der beiden Magier kommt zu einem abrupten Ende. Ihre Liebe zu den Tieren allerdings nicht, so leben die beiden gemeinsam mit zahlreichen Wildtieren bis zu Roys Tod im Mai 2020 auf ihrem Anwesen in Las Vegas. Und wir wollen jetzt auch mit unserer BILD-Reporterin Franziska von Muzius sprechen. Sie hat die beiden auch lange begleitet und du hast auch die Informationen von der Schwester. Was weißt du mehr über die Hintergründe des Todes von Siegfried? Ja, ich habe mit Schwester Dolore gesprochen, die natürlich tief traurig ist, aber sie sagt, es ist eine ganz große Erlösung gewesen. Er hatte ja keine Chance. Und es ist richtig, was der Kollege Marc eben erzählt hat. Sie wollte eigentlich mit ihm gemeinsam beten. Er hat sie anrufen lassen noch eine halbe Stunde, bevor er gestorben ist. Und er konnte aber nicht mehr sprechen und nicht mehr reagieren. Aber sie hat für ihn gebetet, was er auch gehört hat. Sie hat das Vaterunser für ihn gebetet und mein Herr und mein Gott. Und er hat dann ganz schwierig noch eine Sache sagen können, nämlich okay. Und sie hat gesagt, Siegfried sei ganz ruhig, ich habe dich fest an der Hand und ich bin in Herzensgedanken bei dir. Und dann haben sie aufgelegt und eine halbe Stunde später ist er heimgegangen. Und sie sagt, sie ist fest davon überzeugt, dass diese Gebete ihm den Mut gegeben haben, loszulassen. Und er sei jetzt in seinem neuen Leben gut angekommen. Ja, sehr bewegend, was du uns da schilderst. Vielleicht können wir auch noch mal gemeinsam auf dieses Magier-Duo zurückschauen. Was hat Siegfried und Roy so einzigartig gemacht? Ich glaube, der Erfolg von den beiden war so ungewöhnlich, weil sie selbst daran überhaupt gar nicht geglaubt haben zu anfangen. Sie sind ja zwei ganz normale Jungs gewesen, die es sozusagen geschafft haben, vom Tellerwäscher auf einem Kreuzfahrtschiff zu Multimillionären zu werden. Das Geld war ihnen gar nicht so wichtig, sondern das Lachen der Menschen, der Applaus hat sie über 40 Jahre immer weiter angetrieben, auf die Bühne zu gehen, um Menschen glücklich zu machen. Und das ist etwas, was mich persönlich auch so tief traurig macht. Ich hatte das Glück, die beiden letztes Jahr für BILD vier Wochen in München zu begleiten. Und ich habe selten jemanden getroffen, der so erfolgreich und so bekannt ist, die aber menschlich so liebenswert waren und auch miteinander so unglaublich toll umgegangen sind. Die waren eine Einheit, die sich eigentlich in den letzten Jahren immer nur um andere noch gekümmert haben und den Menschen die Wünsche von den Augen abgelesen haben, die sie natürlich auch aufgrund ihres Erfolges wirklich geben konnten. Und dass die zwei zum einen so schrecklich getrennt wurden im vergangenen Jahr durch den Tod von Reu, dass Siegfried so eine schwere Krankheit bekommen hat, das hat mich tief traurig gemacht. Dankeschön, Franziska, für den Moment. Wir wollen noch mal weitersprechen, auch mit Marc. Was Franziska gerade gesagt hat, sie konnte für BILD die beiden begleiten. Du kanntest sie auch persönlich. Wie hast du die beiden wahrgenommen? Ich kann das nur bestätigen, was die Franziska da sagt. Ich kannte die beiden ja nun seit 25 Jahren und schon meine erste Begegnung mit beiden vor Ort in Las Vegas nach ihrer Show hinter der Bühne war sehr herzlich, obwohl wir uns da noch gar nicht kannten. Siegfried strahlte eine unglaubliche Wärme aus schon damals und er war auch eine imposante Erscheinung. Er hatte ja auch durch seine blonde Mähne und das Gewand, was er da trug, da wirkte er wirklich wie so ein Magier aus dem Märchen. Und das war sehr beeindruckend. Und ich erinnere mich noch, dass er mich fragte, du bist ja jetzt in Las Vegas zum ersten Mal, welche Show willst du dir denn angucken? Er hatte natürlich noch Kontakte zu allen anderen möglichen Shows. Und da habe ich dann gesagt, Siegfried, ganz ehrlich, am liebsten deine nochmal. Und dann hat er gesagt, dann kommst du morgen wieder. Und dann habe ich mir die Show zwei Tage später nochmal angeschaut. Und zwar aus seiner persönlichen Loge, wo sonst nur, ja, wo sonst Michael Jackson saß oder auch amerikanische Präsidenten. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen Superstars und normalen Menschen, die er mochte. Auch die Fans, seine vielen Fans oder die Fans der beiden, die hatten ja Fanclubs auch, die auch immer zu Geburtstagen angereist sind. Wenn Roy Geburtstag hatte, auch am Abend vor dem schrecklichen Unfall 2003, hat Roy ja bis in die Morgenstunden mit den Fans gefeiert. Und das war eine sehr innige Beziehung, die die beiden zu ihren Fans hatten. Du sprichst gerade an die Fans. Was glaubst du, was wird jetzt in Las Vegas los sein, nachdem jetzt diese Nachricht raus ist? Ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt Corona haben, ist es nicht ganz so heroisch, wird es nicht ganz so heroisch werden, wie man das eigentlich kennt. Aber ich denke, dass heute Abend in Las Vegas die Lichter ausgehen für eine Minute. Oder, dass man es macht wie bei Roy, dass man, dass die Billboards mit seinem Konterfei, ich sehe gerade dieses Bild dort, ich kann mir vorstellen, dass genau, weil dieses Bild gibt es auch mit Roy auf der rechten Seite. Als Roy gestorben ist, hat man das gesehen auf den ganzen Billboards von allen Hotels in Las Vegas. Ich kann mir vorstellen, dass sowas heute auch passiert. Oder als Frank Sinatra starb damals, gingen für eine Minute die Lichter am gesamten Strip aus. Und das ganz Besondere an dem Leben von den beiden waren ja die Tiger in ihrem Leben. Das wurde immer wieder klar. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen einen Einblick daran geben, was hat diese Tigerfaszination so ausgemacht? Das kam natürlich von Roy. Roy war ja als Kind, er hat ja genauso wie Siegfried eine sehr schwierige Kindheit, er war sehr arm und hatte ein schwieriges Elternhaus, ist von seinen Eltern auch nicht akzeptiert worden und hat dann im Zoo sich den Tieren zugewandt und hat ja auch sehr früh einen Geparden, mehr oder weniger entführt damals und hat ihn mit auf dieses Kreuzfahrtschiff genommen, wo er auch Siegfried getroffen hat und wo die beiden ihre ersten Schoß gemacht haben. Und diese magische Verbindung, die Roy mit den Tieren, also nicht nur mit Tigern, sondern auch mit allen Tieren hatte, ist natürlich dann irgendwann auch auf Siegfried übergegangen, wobei diese Verbindung bei Siegfried mit den Tieren nie so tief war wie bei Roy. Er hatte natürlich auch Angst, sich solchen Löwen und Tigern zu nähern, was bei Roy nicht so war, weil der fühlte sich selbst als einer von denen. Er sagte immer, er war selbst ein Tiger und bei Siegfried war das anders und Siegfried hatte auch mal, ist auch mal was eigentlich, auch keiner weiß, auch mal von einem Löwen angegriffen worden und ein Stück aus dem Unterarm gerissen. Also der hatte großen Respekt vor den wilden Tieren, das hat er natürlich nicht gezeigt und auf der Bühne konnte er das auch nicht so zeigen. Aber in ihrem Secret Garden, wo die Tiere waren, da war Siegfried dann zum Schluss auch jeden Tag da, also wahrscheinlich bis kurz vor seiner Erkrankung und hat da auch Fans getroffen und hat sich den Tieren zugewandt. Das war schon, für die Tiere haben sie alles gemacht und jetzt nach dem Tod der beiden haben sie ja auch verfügt, dass es denen weiter gut gehen soll und dass gerade die weißen Tiger nicht aussterben, das haben sie sich ja schon zu Lebzeiten auf die Fahnen geschrieben. Das hast du gerade angesprochen, das Tigertestament sozusagen und das wollen wir uns noch einmal anschauen. Weiße Tiger und Löwen, die Großkatzen waren das Markenzeichen der Show von Siegfried und Roy. Roy Horn verstarb im Mai 2020 an Corona und nun liegt auch sein Partner Siegfried im Sterben mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Doch was geschieht dann mit ihren geliebten Tieren und welche Bedeutung hatten sie für die beiden Ausnahmekünstler? Die Tiger haben Siegfried und Roy alles bedeutet. Sie waren ja wie Kinder für die beiden und besonders Roy hatte eine innige Beziehung zu den Tieren, also insbesondere zu den Tigern. Und es kam ja auch vor, dass einer mal verstorben ist und die sind dann nicht beerdigt worden, sondern die Asche der Tiere ist dann in die Ohren gefüllt worden und standen dann bei Roy im Schlafzimmer. Und so mehr Ähnlichkeit geht nicht. Früher lebten einige der Tiere sogar mit den beiden auf ihrem Anwesen Little Bavaria in Las Vegas. Doch nach dem Tigerangriff auf Roy im Jahr 2003 war das nicht mehr möglich. Die Raubkatzen zogen um in den Secret Garden, einen öffentlichen Zoo neben dem Miragehotel, wo das Magier-Duo in Las Vegas auftrat. Dort leben mehr als 30 der seltenen Tiere. Zuletzt haben sich die Tiger nicht mehr so oft gesehen. Roy ist einmal in der Woche hingefahren, allerdings immer nur durch die Gitterstäbe, hat seine Tiere begrüßt, hat auch immer einen bestimmten Laut, den er gemacht hat, dass die aufmerksam wurden auf ihn. Und Siegfried ist nur nachmittags noch mal in den Secret Garden gegangen, um dort Fans zu treffen und hat natürlich auch die Tiere betrachtet. Einen großen Teil der Kosten dafür trugen die beiden selbst. Natürlich hat das alles viel Geld verschlungen. Das Geld, die Finanzierung lief über das Miragehotel zum einen, aber auch aus der privaten Tasche von Siegfried und Roy. Weil Roy natürlich auch für seine Tiere immer sorgen wollte, auch nachdem die Show zu Ende war und die Tiere ja eigentlich keine Aufgabe mehr hatten, wollte er nicht, dass die Tiere weggegeben werden, sondern dass sie weiter da ihr schönes Leben haben. Und dafür, dass das so bleibt, haben Siegfried und Roy vorgesorgt. Nach Bildinformationen ist ihr Vermögen, das geschätzt 185 Mio. Euro umfasst, in eine Stiftung überführt worden. Die soll den Bestand des Secret Garden Zoos sicherstellen und noch mehr. Unser Vermächtnis ist es, die weißen Tiger vor dem Aussterben zu bewahren, verriet Siegfried Bild vor 2 Jahren und weiter. Selbst wenn wir nicht mehr da sind, soll ihr Fortbestand gesichert werden. Und wir wollen jetzt in die USA schalten. Genau zu sein, nach Las Vegas. Dort ist der deutsche Tourguide René Meinert. Bei euch ist es ja noch Nacht. Das heißt, gibt es überhaupt schon Reaktionen auf diese Nachricht? Nein, es gibt überhaupt gar keine News. Ich bin selbst erst vor einer Stunde informiert worden. Ich werde mich auch gleich anschließend auf den Weg machen nach Lidl-Bavaria, um Näheres zu erfahren. Wie hast du denn ganz persönlich von der Nachricht erfahren? Ich habe heute Morgen den Anruf bekommen, dass Siegfried gestern Abend verstorben ist. Wir waren ja eh schon die letzten drei Tage direkt vor Ort gewesen, haben versucht, mit Bekannten, mit Mitarbeitern zu sprechen vor der Tür. Es sind zahlreiche Fahrzeuge rein- und rausgefahren. Das waren aber alles Servicefahrzeuge. Keiner hat eine Ausgabe. Keiner hat etwas gesagt dazu. Ja, wir haben uns so etwas auf die Lauer gelegt. Wie sehr trifft dich jetzt der Tod von Siegfried? Das ist wirklich ein heftiger Schlag. Man muss dazu sagen, ich kannte beide. Siegfried kannte ich besser wie Roy. Ich bin deutschsprachiger Tourguide in Las Vegas. Wir machen jeden Tag einen Halt mit unserem Tourbus direkt vor der Tür. Siegfried war immer nett gewesen, wenn er vor Ort war oder direkt in dem Moment angekommen ist. Ist er auf weite Gäste zugegangen, hat mit denen Fotos gemacht, hat mit denen geredet. Und natürlich alles auf Deutsch. Die Tourgäste waren jedes Mal begeistert gewesen. Es war ein absolutes Highlight bei unserer Tour gewesen. Das ist nicht nur ein persönlicher Schock für mich, das ist ein Schock für ganz Las Vegas. Und der Schock kam ja auch schon vorher. Denn wir hatten ja auch berichtet vor drei Tagen, dass es eben Siegfried nicht gut geht, dass er im Sterben liegt. Wie ist denn diese Nachricht dann in Las Vegas angekommen? Ja, diese Nachricht kam zuerst in Deutschland an. Und die amerikanischen News haben dann die Bild-Zeitung sozusagen zitiert. Ihr wart da definitiv sehr, sehr schnell gewesen. Und für Las Vegas ist das definitiv ein sehr, sehr großer Schock. Man muss dazu sagen, ohne Siegfried und Roy wäre Las Vegas nicht das, was es jetzt gerade ist. Dieses ganze Entertainment, das haben die beiden erst so richtig hier rübergebracht. Also da gehen zwei deutsche Auswanderer von uns. Und das innerhalb binnen kürzester Zeit, vor neun Monaten erst Roy und jetzt Siegfried. Und Siegfried war topfit gewesen. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, ganz kurz vor Corona. Wir haben noch gescherzt. Und das war auch noch vor Roy's Tod. Der war wirklich topfit gewesen. Der war auch noch Ende letzten Jahres im Secret Garden gewesen, am Mirage Hotel. Hat dort Gäste begrüßt. Das ist ein Megaschock. Das heißt, was glaubst du jetzt, wenn die Nachricht dann irgendwann in Las Vegas eintrifft, ankommt? Wie wird da getrauert bei den Fans? Also auf alle Fälle wird vor dem Mirage Hotel, wo das Denkmal der beiden ist, mit dem Tiger Montecor und Siegfried und Roy, diese Bronzestatur, da werden heute definitiv sehr viele Blumen niedergelegt werden. Und die News werden hauptsächlich dieses Thema berichten. Das wird heftig werden. Du hast es ja eben auch schon angesprochen. Auch Roy ist mittlerweile schon verstorben mit einer Corona-Erkrankung. Wie war es denn damals da? Wie haben dort die Fans getrauert? Gut, das war, wo Las Vegas komplett im Shutdown gewesen ist. Und da waren, ehrlich gesagt, wenig Blumen vor der Tür gewesen. Es waren einige Blumen in dieses Gitter reingesteckt vor dem Dschungelpalast. Das ist jetzt der Zweitwohnsitz, wo die jahrzehntelang gewohnt haben. Und es waren wenige Blumen vor der Startuhr niedergelegt. Dafür, dass aber Corona war und so gut wie keine auf der Straße waren, war schon eine Menge los gewesen. Es war aber nicht vergleichbar mit dem Unfall damals. Mit dem Unfall damals 2003, mit der Tigerattacke, da war ja der Strip unten vor dem Mirage Hotel voller Blumen, voller Kutteltiere etc. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt Gleiches passiert. Und wie ging es denn Roy damals? Hat er sich von seinem Unfall jemals erholt? Naja, komplett jemals hat er sich nicht erholt. Er saß ja im Rollstuhl. Er war halt körperlich sehr eingeschränkt. Geistig war er komplett da gewesen. Er war halt nicht wie der Alte gewesen. Er hat es immer wieder versucht. Es gab ja auch einige TV-Reportagen, wo er sich dann versucht hat, selber aufs Pferd zu setzen und in Little Bavaria rumzureiten, wo er dann halt runtergefallen ist. Er wollte halt immer den starken Mann durchbringen und wollte sich nicht unterbringen lassen. Er ist schon ein richtiger Kämpfer. Das muss man schon sagen. Die Tigerattacke war 2003 gewesen. Er ist 2020 verstorben. Er war davor dreimal klinisch tot gewesen. Also das muss erst mal jemand nachmachen. Was geht denn jetzt dem Showbiz, was geht der Künstlerwelt jetzt verloren, dadurch, dass Herr Siegfried auch von uns gegangen ist? Da gehen wirklich zwei ganz, ganz große verloren. Man muss ja sehen, es sind ja zwei deutsche Auswanderer, die Ende der 60er Jahre ausgewandert sind, ohne irgendein TV-Format oder Social Media dazu zu haben. Die beiden hatten, das waren die einzigen Künstler in Las Vegas, die einen Vertrag auf Lebenszeit hatten. Das hatte davor und danach keiner. Wo die im Mirage gearbeitet haben ab dem Jahre 2000, die hatten den höchst dotierten Vertrag in Las Vegas. Also sagen wir es mal so, Leute, die nach Las Vegas gefahren sind, früher haben gesagt, entweder da war ich am Grand Canyon oder ich war bei Siegfried und Roy. Weil eigentlich Las Vegas ohne Siegfried und Roy ist undenkbar. Dankeschön, René Meinhardt, für deine ersten Eindrücke live aus den USA. Vielen Dank. Danke. Und wir wollen jetzt einmal noch mal mit Marc Pittelkau sprechen. Marc, wir haben es gerade gehört. René Meinhardt hat gesagt, wie einzigartig die Karriere war. Vielleicht kannst du uns auch noch mal einen Einblick geben, auch vielleicht für die jüngeren Zuschauer, die jetzt Siegfried und Roy nicht mehr so kannten. Ja, das ist, man muss sagen, für die viele jüngere Zuschauer, tatsächlich kennen Siegfried und Roy nicht mehr, weil die einfach seit dem Unfall 2003 nicht mehr aufgetreten sind. Und bis zu diesem Zeitpunkt gehörte, wie es der Kollege gerade gesagt hat, ein Besuch bei Siegfried und Roy einfach dazu, wenn man nach Vegas gefahren ist, wollte man die sehen. Und die Show hatte auf der ganzen Welt, sie waren ja auch in Japan zum Beispiel sehr bekannt und berühmt und haben sogar ein ganzes Jahr mal in Japan verbracht und haben da so Auftritte gemacht in so einem extra gebauten, großen Zelt. Und das hat natürlich, aber es ist oft so, im Showgeschäft natürlich, wenn man dann irgendwie unfreiwillig weg ist, legt sich schnell der Schleier des Vergessens über die Menschen, über die berühmten Leute. Und bei Siegfried und Roy war es so, sie haben natürlich nur von ihrem Nachruhm leben können, sag ich mal. Es war alles sehr nach gestern gedreht, auch ihr ganzes Leben, wenn man die beiden besucht hat. Was ich öfters gemacht habe, die hatten ja eine sogenannte Drachenhöhle. Das war eine riesengroße Lagerhalle und in dieser Lagerhalle haben sie die gesamten Requisiten dieser Show, inklusive eines riesigen Drachen aus Metall, das war alles aufgestellt, ein Bühnenbild, wie es damals auch im Mirage auf der Bühne war. Und es waren riesige LED-Bildschirme, auf denen die Show, Videos von der Show liefen. Mehrere Bildschirme. Und dabei auf voller Lautstärke der Soundtrack von dieser Show. Es war ein bisschen gespenstisch, muss ich sagen. Und die Kostüme waren dann auch in Glaskästen aufgestellt. Da haben sich Siegfried und Reuterinnen aufgehalten und Siegfried saß oft stundenlang auf einem Sessel, hat sich eine Flasche Champagner aufgemacht und hat sich berieseln lassen von diesen alten Aufnahmen. Und ich war, wie gesagt, einmal selbst mit drin. Es war sehr wie eine Zeitreise, die man da gemacht hat, weil die öffentlichen Auftritte der beiden hielten sich in den Jahren danach sehr in Grenzen. Also sie sind vielleicht ein- oder zweimal im Jahr irgendwo hingegangen, wo man sie gesehen hat, wo man sie fotografieren konnte. Weil es natürlich Reu einfach, genau wie er es eben sagte, nicht gut ging körperlich. Und er musste sich sehr anstrengen. Und alles war eine Anstrengung für ihn, egal wo sie hingegangen sind. Siegfried war derjenige, der ihn immer gestützt hat, nicht nur körperlich, auch seelisch. Und da muss man sagen, Siegfried hatte oft gesagt, er hat nicht gewusst, ob Reu das für ihn jemals getan hätte, wenn er diesen Unfall gehabt hätte, was ich interessant fand. Es waren zwei verschiedene Charaktere. Sie sagten ja immer, wir sind wie Feuer und Wasser. Siegfried und Reu sind wie Feuer und Wasser. Reu war das Feuer, Siegfried das Wasser und war immer derjenige, der gewissermaßen etwas ausgeglichener war und der auch offener und zugänglicher war für die Fans. Wir haben es ja gehört, Reu war jemand, der seinen Auftritt auf der Show gemacht hat und ist dann zu seinen Tieren gegangen. Aber Siegfried hatte ja diese Tiere. Die Tiere waren zwar da, aber er hatte nicht den Zugang wie Reu. Und er hat eben nur für die Show gelebt. Und das hat er auch immer gesagt, als der Unfall war, war für ihn, nicht so sein Leben vorbei, aber sein Lebensinhalt. Und das hat sich dann nur auf Reu gedreht. Und René Meinhardt hat es gerade schon gesagt, ohne Siegfried und Reu wäre Las Vegas auf jeden Fall ein anderes Las Vegas gewesen. Was ist es denn jetzt ohne die beiden? Wie du schon richtig sagtest, wir haben ja jetzt eine andere Zeit. Es sind natürlich viele nachgekommen. Wir haben die großen Cirque du Soleil Shows in Las Vegas, mittlerweile glaube ich sechs oder sieben. Es gibt die großen Production Shows, die dort ablaufen. Es sind schon große, nach wie vor große Shows dort zu sehen. Aber für meine, ich habe viele von diesen neuen Shows natürlich gesehen, für meinen Begriff ist da nie so viel Seele drin, wie es bei Siegfried und Reu war. Und das sagen auch viele, die die alte Show von Siegfried und Reu mittlerweile alte Show kennen und die die neuen Shows kennen. Die sagen, es ist, auch wenn es mittlerweile vielleicht technisch überholt wäre, es ist unvergleichlich. Und man kann es mit diesen neuen Shows gar nicht vergleichen. Aber Vegas lebt natürlich weiter, auch ohne Siegfried und Reu. Aber es ist schon, das trifft Vegas schon ins Herz, der Tod der beiden. Dankeschön, Marc, für den Moment. Wir wollen jetzt einmal telefonisch uns zuschalten zu Bernhard Paul, der Roncalli-Chef. Schönen guten Tag, Herr Paul. Hallo. Wie haben Sie denn von dieser Nachricht erfahren? Ja, gestern oder vorgestern schon. Und es war ja zu erwarten, man war quasi darauf gefasst. Aber es ist, wenn es dann so weit ist, ist es immer wieder ein Schlag natürlich. Und Sie waren ja auch eng befreundet mit den beiden. Wie geht es Ihnen jetzt damit, mit dieser Nachricht? Naja, es ist immer so, wann so Legenden sterben. Ich weiß zum Beispiel heute nur ganz genau, wo ich war und was ich gemacht habe, als John Lennon starb. Es gibt sogar, wo ich war, wo Niki Lauder starb. Also so waren so Heroes und so Legenden gehen von uns. Das ist schon ein richtiger Schicksalsschlag. Weil man hat ja eine Verbindung zu diesen Menschen gehabt. Also nicht nur, dass ich die auch kannte, aber es war eine Legende des Showgeschäfts. Es wird nie, wie das kam zum Beispiel als Sigrid Solé in Las Vegas, nie mehr toppen. Weil das sind ja alles so, ich sage jetzt einmal, Sigrid Erdäuber digital. Und das ist alles so künstlich und computertechnisch und so weiter. Und alle Shows von Solé sind irgendwie ähnlich. Aber Sigrid Erdäuber, das waren Persönlichkeiten. Die sind auf die Bühne gegangen. Die haben die Sachen selber erfunden, entwickelt, gearbeitet. Und standen auf der Bühne und waren sowas von präsent. Also ich bin im Publikum gesessen und war hin und weg, obwohl ich die seit Jahren kenne. Also ich kenne die auch noch, wo es noch in den Anfängen waren. Und diese Entwicklung und so weiter. Also es war, es gibt ja so immer wieder so im Showgeschäft, so, ich sage jetzt einmal, Varité-Zirkus-mäßig. Da gab es Raftelli und Grock und Charlie Riebel und es gab so große Namen. Die haben genügt, um ein Varité oder einen Zirkus zu füllen. Und die zwei, da brauchten nur Sigrid und Roy draufstehen. Da waren die zwei Jahre im Voraus ausverkauft. Das hat es ja nie wieder gegeben und wird es auch nie wieder geben. Dann auch nochmal an Sie die Frage, Herr Paul. Wie wird Las Vegas jetzt ohne Sigrid und Roy sein oder werden? Naja, das wird so, das ist eine andere Zeit. Das ist eine andere Zeit. Las Vegas war ja früher Elvis und Live, alle möglichen Stars und Dean Martin und alles Mögliche. Das waren Persönlichkeiten. Jetzt ist so ein anderes Zeitalter. Also der Computer ist angekommen in Las Vegas und das ist alles sehr, trifft einen nicht zu tief. Also ich kenne ja natürlich die Shows von Jacques de Soleil, aber das ist irgendwie ganz was anderes. Also da fehlt was, da fehlen Persönlichkeiten. Las Vegas haben früher immer ausgemachte Persönlichkeiten, eben wie Elvis Presley oder was da alles für Shows waren mit Leuten wie Tina Turner und was da Dean Martin und Sammy Davis und so und eben Siegfried und Roy. Wenn solche Leute nicht mehr da sind, dann ist alles auswechselbar. Das ist schade. Dankeschön, Herr Paul, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch nochmal unser aufrichtiges Beileid, denn Sie haben ja auch einen Freund verloren. Ja, danke. Und wir wollen jetzt nochmal sprechen mit unserer Bild-Reporterin Franziska von Mutzius. Franziska, weißt du denn mittlerweile schon etwas, wie es jetzt weitergeht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe darüber auch mit der Schwester von Siegfried gesprochen. Sie geht fest davon aus, dass Siegfried auch nach seinem Tod nicht nach Deutschland zurückkehren wird, sprich, dass er in Amerika verbrannt werden wird, so wie es auch mit Roy war. Ja, die Urne mit den sterblichen Überresten von Roy steht ja seit vielen Monaten in der hauseigenen Kapelle auf dem Anwesen Little Bavaria. Und Siegfried's Schwester sagte, sie geht davon aus, dass auch er verbrannt werden wird. Das wollte er wohl. Tod mit Roy wieder vereint zu sein und dass man sich einen Friedhof in Las Vegas suchen wird. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ihr größter Wunsch, nämlich auf ihrem eigenen Anwesen beigesetzt zu werden, in Erfüllung gehen kann. Denn wir wissen ja, dass dieses Lebenswerk von den beiden einem guten Zweck zur Verfügung gestellt werden wird. Und zwar so erhalten bleibt, aber ziemlich sicher nicht mit einer Grabstätte von Siegfried und Roy. Marc, glaubst du, dass es dann auf diesem Friedhof, dass es ja eine Pilgerstätte, eine Gedenkstätte quasi für die Fans dann werden würde? Ja, das denke ich. Also zumindest für die vielen Fans, die noch da sind, die den beiden ja die Treue gehalten haben, obwohl die Show gar nicht mehr läuft. Und sie ertragen die natürlich genau, auch wie ich, im Herzen. Und ich würde natürlich auch, wenn ich in Las Vegas das nächste Mal bin, würde ich die Grabstätte besuchen. Und das werden viele, viele tun. Da bin ich ganz, ganz sicher. Franziska, nochmal auch an dich die Frage, wie geht es denn jetzt der Schwester nach dieser schrecklichen Nachricht? Also sie ist natürlich sehr niedergeschlagen. Das habe ich auch an ihrer Stimme gemerkt. Aber sie ist ja glücklicherweise im Glauben sehr stark verhaftet als Nonne und hat ihm ja auch damit immer sehr viel Kraft gegeben. Der Glaube an Gott hilft ihr jetzt enorm, ihn auch loslassen zu können. Und sie sagte eben, sie ist glücklich, dass er nicht mehr leiden muss. Er hat wohl in den letzten Tagen auch keine Schmerzen gehabt, was sie sehr beruhigt, weil die beiden Hospizschwestern, die dabei waren, ihm in nötigenfalls dann auch die entsprechenden Mittel gegeben haben. Und es war wohl ganz zum Schluss auch noch so eine von ihm sehr geliebte Tierpflegerin da, die ihm noch über die Stirn gestreichelt hat und ihm sozusagen auch nochmal einen persönlichen Abschied gegeben hat. Diese ganzen Schilderungen hat die Schwester sehr beruhigt und in der Trauer jetzt gestärkt. So sagte sie es mir. Franziska, jetzt ist ja aktuell die weltweite Corona-Pandemie. Das haben wir auch gerade eben gehört. Bernhard Paul hat mit uns gesprochen. Wir wissen aber auch, dass Heine und Hannelore große Freunde, enge Freunde von Siegfried und Roy waren. Das heißt, hier gibt es ja auch viele Menschen, die sich von ihm verabschieden möchten. Wie geht das jetzt in Zeiten von Corona? Ja, das ist eben das ganz Traurige, finde ich, dass solche Legenden, wenn sie denn schon so früh gehen müssen, auch noch genau in dieser schwierigen Zeit eigentlich ohne persönlichen Abschied gehen müssen. Und sogar Schwester Dolore kann selber im Moment nicht rüberfliegen. Wobei sie mir sagte, sie versucht, das zu klären, dann noch in kleiner Form Abschied zu nehmen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich nur möglich, dass man in Form von Briefen seine Anteilnahme kundtun kann. Dankeschön, Franziska von Mutius. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns nochmal einen Einblick gegeben hast. Gerne. Und damit sind wir auch am Ende unserer Sendung angekommen. Alle weiteren Infos dazu finden Sie natürlich aktuell auf bild.de und natürlich auch in der 18 Uhr Sendung, die es dann hier live auf bild.de zu sehen sein wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017